Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist entscheidend, um den Verlauf der Erkrankung zu verbessern. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Möglichkeit, dass Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen ihren Gesundheitszustand regelmäßig dokumentieren. Diese Möglichkeit bietet IB Dialog Monthly, eine mobile Plattform für Patienten und Gastroenterologen, die in Zusammenarbeit mit IBDNet, der Patientenorganisation SMCCV und MSD entwickelt wurde. Der Arzt aktiviert IB Dialog Monthly für seine Patientin und sie erhält per E-Mail ihr individuelles Passwort. Die Patientin beantwortet Fragen zu ihrer Krankheitsaktivität und zu ihren Medikamenten. Das Beantworten der Fragen dauert circa drei Minuten. Es wird empfohlen, die Daten einmal im Monat einzugeben. Die Patientin wird von der App monatlich erinnert, ihren Fragebogen auszufüllen. Der Therapieverlauf wird beim Öffnen der App grafisch dargestellt. Arzt und Patientin haben einen Überblick über den Therapieverlauf und können diesen gemeinsam besprechen. IB Dialog Monthly hilft also dabei, die Patientin kontinuierlich in ihre Therapie einzubinden. Patienten wenden sich bei Interesse an ihren behandelnden Gastroenterologen. Um als Gastroenterologe IB Dialog Monthly zu nutzen, registrieren Sie sich bitte unter www.msd-ibdialog.ch.